Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Angehörige, liebe Kinder, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Sommerfest. Ja, wir haben einen Anlass für das Fest heute, oder wir haben besser gesagt zwei Anlässe. Zum einen wird die Firma, in der wir hier arbeiten, unmittelbar, die SIG Engineering GmbH, 25 Jahre alt. Zum zweiten wird aber unser Stammhaus, die SIG-Gruppe, 70 Jahre alt. Wir wollen heute das feiern und ich glaube, wir können alle ein kleines bisschen stolz sein auf das, was wir hier erreicht haben zusammen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns einen recht schönen Tag und eine gelungene Feier. Haben Sie viel Spaß miteinander, alles Gute. Dank an dieser Stelle natürlich Ihnen allen, allen Mitarbeitern, alle, die sich einbringen jeden Tag für diese Firma. Ihnen allen herzlichen Dank und viel Spaß heute. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020